Hey meine lieben Freunde und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Battlefield 1 Video. Und das auf meinem Kanal. Heute ein kurzes Video, ein kleines, knackiges. Ich wollte meine Battle Packs öffnen und mal reinschauen, hey, was ist überhaupt in diesen Battle Packs drin? Wir kennen die Battle Packs natürlich auch aus Battlefield 4, beziehungsweise auch aus Battlefield Hardline. Da waren es solche Taschen und ja, da waren immer halt Visiere drin, Boosts und und und. Und wir schauen einfach heute mal, ich habe sechs Battle Packs und wir öffnen einfach alle sechs Battle Packs und schauen einfach mal rein, was es denn hier so gibt. So, Battle Packs, Battle Packs, hier haben wir fünfmal Battle Pack Revision 1 und wie auch immer, Revision Starter Pack. Ja, machen wir das mal zuerst auf. Revision Starter Pack enthält möglicherweise, also hier hat man die möglichen Sachen, die in so einem Battle Pack drin sind. Aber wir gucken einfach mal und öffnen das. Aber egal, ist das denn? Okay, also wir haben die Jericho, ja ist das jetzt das ganze Gewehr? Ich glaube schon, oder? Man kann aber auch den Inhalt verschrotten und dafür bekommt man dann solche, sag ich mal Münzen. Und das hatte ich schon in einem anderen Menü gesehen, man kann sich mit diesen Münzen auch neue Battle Packs dann kaufen, sozusagen. Wir nehmen aber einfach mal, wir nehmen die einfach mal mit. Vielleicht kann man die ja auch später. Hier hat man, was ich gerade sagte, diese Battle Packs, die man kaufen kann und ja für diese Münzen halt. Dann gibt es hier noch solche Puzzle, der zu einem brutalen Knüppel bla bla. Wie das genau funktioniert, ob man irgendwo Puzzle kriegt in den Battle Packs, weiß ich nicht, bin ich nicht im Bilde. Und hier haben wir natürlich das, was wir gewonnen haben. Selbstlagerwehr, bla bla bla, schrub den Seitenwaffen. Also es scheint wirklich eine komplette Waffe zu sein. Aber wir gucken mal, was wir in den nächsten, ah ja genau, möglicher Bonus. Hier haben wir die Puzzleteile, also die sind in diesen Battle Packs auf jeden Fall drin. Wir schauen einfach mal rein und öffnen das nächste. Okay, also hier haben wir das nächste Gewehr. Packen wir auch mal zum Inventar hinzu. Ich gucke mal eben, kann man, okay man kann auch das, also im Nachhinein verschrotten und bekommt auch das gleiche Geld. Also diese Münzeinheit, sag ich jetzt mal, weil das sieht aus wie Münzen halt. Dann packen wir mal direkt das nächste aus. Und meine lieben Freunde, diese Animation ist ja mal wohl richtig geil. Oh, was haben wir denn hier? Louis Gun, leicht, spezial. Oh, die sieht aber schick aus. Ja, wir machen einfach, wir holen einfach mal alle und gucken. Öffnen. Okay, oder ist das nur die Tarnung? Könnte natürlich auch sein, ne? Dass das nur die Tarnung ist, weil die Waffen an sich. Ich glaube, dass, ja, meine lieben Freunde, ich glaube, das sind nur diese Tarnungen, die man hier hat. Weil die Waffen an sich hat man ja schon, ne? Ich glaube, das sind echt nur diese Tarnungen. Also sprich, bin ich nicht so viel? Hatten wir doch gerade eben schon, oder? Oder irre ich mich? Spezial. Gucken wir einfach gleich mal rein. Und öffnen das letzte. Okay, der Mexikaner. Oh, die werde ich auf jeden Fall benutzen, diese Tarnung. Schon nur, weil diese Tarnung, dieser Skin, der Mexikaner heißt, ne? Oh, und guckt mal, das scheint irgendwas... Ja, hier, legendär. Oh, das bringt ja richtig Münzen. Also das hier ist schon diese Tarnung, dieser Waffenskin. Ist auf jeden Fall selten. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Und wir gucken nochmal... Ah, ne, das... Ah, es ähnelt sich, ist aber nicht das gleiche. Okay. Wie man hier den Soldaten verändern kann und das Doctake, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das kommt noch. Jetzt die Tage. Aber mal schauen. Also, ich würde es nicht in die Länge ziehen. Auch wenn das ein bisschen trockenes Video jetzt war. Wir haben ein paar Kisten geöffnet. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, liken, teilen, kommentieren. Ihr kennt das Spiel. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und sage bis zum nächsten Mal. Josephowski. Das was dir? Bis zum nächsten Mal. Dozent! Tschüss! 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 scorut! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020